Freunde, Entschuldigung erstmal für die Kartoffelqualität, ich nehm grad mit meiner Webcam auf, weil meine Kamera am Ladekabel steckt und ich will meinem Unmut jetzt ein bisschen Luft verleihen, aber ich reg mich grad wieder so wahnsinnig über YouTube auf, ich reg mich grad wieder so wahnsinnig über YouTube auf, weil YouTube wieder der Meinung ist, jetzt nicht zum ersten Mal diesen Monat, sondern zum zweiten Mal, der Monat ist noch nicht mal vorbei, äh, wir löschen wieder Abonnenten. Aber Daru, aber Daru, die gelöschen Abonnenten sind alle inaktiv. Nein, sind sie nicht. Ich habe mehrere Nachrichten gekriegt von Leuten, die meinten so, hey, warum wurde mein Abo bei dir gekündigt? Ich habe dich doch, es gibt einen Fall von jemandem, dessen Abo zweimal bei mir gekündigt wurde, der hat mir jetzt letztens auch geschrieben, äh, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen sagen soll, aber ich, äh, auf jeden Fall, wurde dem jetzt das zweite Mal? Ist ein Abo bei mir gelöscht? Weil YouTube denkt, ah, wir löschen einfach mal random Abos raus. Und das ist ja kein Problem, weil wenn es jemand ist, dessen Content, äh, deswegen, das wäre kein Problem, weil wenn es jemand wäre, dessen, äh, der sich wirklich für meinen Content interessiert, der merkt dann so, hä, warum kommen von Daru, der macht doch täglich Videos, äh, warum kommen von dem keine, äh, Videos mehr in der Abo-Box? Deswegen kommen ja auch immer wieder welche zurück. Aber, die Problematik dabei ist der Algorithmus. Ich meine, meine Videos werden eh nicht oft vorgeschlagen, ne? Neben anderem, äh, kann man übrigens in der YouTube-App nachgucken, falls ihr Content-Creator seid, kann ich dir, äh, nur empfehlen, da kann man dann nachschauen, wo dann, äh, unter welchen Suchbegriffen das Video vorgeschlagen wird und neben welchen Videos dein Video vorgeschlagen wird und so. Und der Algorithmus, der sieht nicht, dem wurden Abonnenten gelöscht, sondern der Algorithmus sieht, äh, der wurde zehnmal diesen Monat deabonniert. Und, äh, gut, das ist dann halt, äh, immer in Relation zu sehen, bei mir, ich hab jetzt letzten Monat elf Abonnenten gemacht. Da ist dann ein Minus von zehn ziemlich heftig. Das heißt, ich bin im Moment bei dem Plus von eins. Ob da, wenn du so ein großer YouTuber bist, weißt du, da machst du tausend Abonnenten am Tag, da interessiert dich das nicht, ob da am Tag 30 Abonnenten gelöscht werden, ob du jetzt tausend Abonnenten oder 970 Abonnenten am Tag machst. Das macht auch beim Algorithmus keinen großen Unterschied, aber bei uns kleinen YouTubern, ich bin ja nicht der Einzige, dem es passiert, ich tausche mich ja auch ein bisschen aus. Es gibt viele YouTuber, denen Abonnenten gelöscht werden und es passiert regelmäßig. Wie gesagt, das ist das zweite Mal diesen Monat, das ist jetzt bestimmt schon das vierte Mal dieses Jahr und es ist so wahnsinnig dreist. Und der Algorithmus, der sieht halt nur, der wurde deabonniert, den ranken wir nicht so hoch und unsere, es fängt gerade mega an zu gewittern, das passt zu meiner Stimmung gerade. Und meine Videos, die werden eh nicht oft angezeigt. Ich hab dann, ich werd dann vielleicht zweimal im Monat neben irgendeinem großen YouTuber angezeigt. Und jetzt sieht der Algorithmus so, ah ne, der macht zu viele deabos, dessen Content scheint ja nicht mehr so gut zu sein, jetzt zeigen wir den gar nicht mehr neben irgendwelchen YouTubern an. Und dann resultiert daraus, dass ich weniger Plus mach, ich mach aber trotzdem weiter den Minus. Das heißt, der Algorithmus, das ist so ne Teufelsspirale. YouTube macht unsere kleinen Kanäle kaputt, den Großen ist es scheißegal, wenn da 30 Abonnenten fehlen. Pff, aber es ist, es ist auch so unfassbar, äh, demotivierend, wenn man merkt, wie die Plattform gegen einen arbeitet. Und, ja, das Video wird wahrscheinlich den, den Titel tragen, meine letzten Projekte. Es gibt ein paar Let's Plays, ich werd auf jeden Fall die Let's Plays, die grad laufen, fertig machen. Das auf jeden Fall. Und es gibt ein paar Projekte, die will ich auf jeden Fall auf meinem Kanal haben, da werd ich mal schauen. Ähm, ich hab dem Ganzen jetzt eine Deadline gesetzt. Ich hab gesagt, ich warte, bis Pokémon für die Switch rauskommt. Solange mach ich regelmäßig weiter Videos. Solange werden meine Projekte weiter laufen. Dann gibt es halt Ocarina of Time, werd ich unbedingt noch auf meinem Kanal haben. Und vielleicht Dragon Quest 9, obwohl es so, das wird auch wieder so 180 Folgen Let's Play. Das weiß ich nicht, ob ich das mach. Deadline Pokémon Switch. Pokémon Switch werd ich auf jeden Fall noch Let's Playen. Aber wenn sich bis dahin nichts gebessert oder geändert hat auf YouTube, ist Pokémon Switch mein letztes Projekt. Danach ist aus. Äh, es, ich seh da halt keinen Zweck, wenn die ganze Zeit gegen einen gearbeitet wird, ne? Ich, man verliert die Motivation. Äh, ich hätte auch als Abonnent keinen Bock darauf, dass mir, dass es mir auch schon passiert, dass, dass Abos bei YouTubern, die ich echt gern guck, die ich auch, die ich auch regelmäßig guck. Die sind dann nicht YouTuber, wo ich einfach im Monat reinschaue, sondern die ich regelmäßig guck, äh, guck, dass mir da einfach die Abos gelöscht wurden. Und ich war dann auch so, so, hallo, YouTube geht's noch? Äh, ja, wir ändern grad wieder was am Algorithmus. Ja, ihr verkackt den Algorithmus weiter, weil ihr das nicht hinbekommt. Weil ihr wisst, dass euer scheiß Algorithmus seit Jahren Grütze ist. Ach, ich reg mich wieder viel zu viel auf. Es tut mir leid, also wie gesagt, es muss sich was ändern, wenn sich bis Pokémon Switch, was ja gerüchteweise, noch dieses Jahr rauskommt, Ende dieses Jahres nichts ändert. Und dann, äh, war's das mit meinem Kanal. Ich hoffe, ihr versteht meine Entscheidung. Es ist halt, wenn man, wenn die ganze Zeit gegen einen gearbeitet wird, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr. Äh, ich könnte mich natürlich unterstützen, motivieren, wie ihr, äh, wenn ihr wollt. Das wäre schön. Und ansonsten, äh, hoffen wir, dass YouTube bis Ende des Jahres geschissen bekommt. Einen gescheiten Algorithmus zu schreiben. Dankeschön. Ach, das musste mal sein, es tut mir leid.